Ja, alles wunderbar. Okay, erzähl mir doch heute mal bitte, was du damals mit deiner Familie so unternommen hast als Kind. Damals als Kind? Also mit meinem Vater bin ich sehr viel schwimmen gegangen. Der ist leidenschaftlicher Schwimmer und hat mir das deshalb von Kind auf an beigebracht. Und mit meiner Mutter, ich glaube wir sind viel spazieren gegangen, waren viel unterwegs auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel Zeit draußen verbracht. Das ist gut, ja ich auch. Meine Eltern sind vor allem jetzt im Herbst, wir sind früher immer in den Wald gefahren, auch mit meinem Hund, und haben nach dem Regen Pilze gesammelt, die wir dann zu Hause entweder gegessen haben oder irgendwelche Ketten daraus gemacht haben und so weiter. Okay, nett. Ja, Kastanien sammeln natürlich auch. Das stimmt sein, ja. Im Herbst, genau. Und wo bist du mit deiner Familie denn immer so in den Urlaub hingefahren? Och, wir haben oft ziemlich langweilige und verregnete Campingurlaube in Holland gemacht. Oh. Und das war nicht immer sehr schön. Und bei dir? Ja, als verwöhntes Einzelkind war ich oftmals auf Flugreisen unterwegs. Oh. Also wir waren sehr viel unterwegs. Gut. Glaubst du, dass Amerikaner mit ihren Familien auch so viel rumreisen wie wir? Oder wie die Deutschen? Na, zum einen könnte ich mir vorstellen, dass es selten vorkommt, dass sie für den Urlaub das Land verlassen. Weil das Land eben einfach sehr groß ist. Und zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass sehr viele amerikanische Familien mit ihren Kindern zumindest einmal ins Disneyland gefahren sind. Ja, das glaube ich auch. Ja.